Herzlich Willkommen zu einem neuen Let's Play, der Football Manager 2019, die FC Augsburg Story, Staffel 2, Folge 12 ist es bereits. Und wir haben das letzte Spiel ja gewinnen können, gegen den FC St. Pauli mit 1 zu 0, ihr seht ihr es. Auch davor gegen Aue konnten wir gewinnen, sind in der Tabelle der 2. Liga trotzdem nach 15 Spieltagen nur Frank 9. Das ist natürlich zu wenig, das muss besser werden. Es ist auf jeden Fall mal eine Steigerung in den letzten Spielen da gewesen. Chancen erarbeiten wir uns, Tore machen wir wenig. Jetzt geht es als nächstes in 6 Tagen gegen Kiel. Die sind in der Tabelle 13. Also sind hinter uns, aber wir spielen auswärts. Jetzt muss man das wieder aufschreiben. Die war übrigens gestern, also ich weiß nicht genau, wann ich das Spiel hochladen werde, das Video. Ich war gestern im Stadion beim FC Augsburg gegen Bayern München, leider die schwere Verletzung von Süle. Und bin beim Sohn das erste Mal, in seinen 8 Jahren. Der war ein bisschen erschrocken, wie es da zugeht, wie er geschrieben wird und wie laut es da auch war. Und als seine Bayern-Idole ausgepfiffen wurden. Aber gut, das muss er auch mal lernen. Insgesamt war es sehr interessant. Hat mir gut gefallen. War mal wieder nett im Stadion zu sein. Das letzte Besuch in der Allianz Arena damals noch war bestimmt schon 5 Jahre her. Ich habe da ja mal gejobbt nebenbei. Und jetzt bin ich mal wieder so ein bisschen auf den Geschmack gekommen. Vielleicht, dass ich demnächst mal öfters ins Stadion schaue. Aber erstmal hier mit dem FC Augsburg weiter. Verletzungsbericht. Unsere verletzten Gugelähe, unser Innenverteidiger, noch 5 bis 11 Tage. André Hahn noch 4 bis 7 Monate. Jakob 3 bis 6 Wochen. Und Jonathan Schmidt, der kann dann endlich wieder, nach 3 Wochen Ausfallzeit, gegen Union Berlin hat er sich ja eine Krechelvertretung zugezogen. Updates und Verletzungsrisiko. Reikowitzentwicklung. Unser Torhüter, sehr stark ja. Wir sehen, der hat ja eine Notauschnitt von 6,96. Ist solid, muss ich sagen, wirklich. Also zumindest keine Verschlechterung zu unserer letztjährigen Nummer 1. Und in der 11. Woche haben wir Andreas Ulmer für ihn das zweite Mal in die Elf der zweiten Bundesliga gewählt worden. Ist auch zweimal in die beste Elf der Bundesliga gewählt worden. Der ist eh mal. Ansonsten bleibt mal keiner drin. Maximilian Bauer, auch eher sehr starke Entwicklung. Die Ratschläge. Setze ich eigentlich nur wenige mal um. Ja, wie sind es die letzten Wochen gewesen? Wie ist es gelaufen? Also wir sind in der zweiten Liga relativ schlecht gestartet. Oder sind gar nicht so schlecht gestartet. Haben dann aber den brutalen Einbruch gehabt. Und am Ende kam dann, war hier, Elfter Platz, Elfter Platz, Elfter Platz. Also das war bisher unser schlechtester Platz. Beste Platzierung war Platz 5. Am 3, 4, 5, 6. Spieltag. Da waren wir noch oben mit dabei. Dann kam der Absturz. Wir haben dann an der Taktik ein bisschen gefeilt. Nach wie vor funktioniert unser Torschießen überhaupt nicht. Unsere Chancenverwertung ist katastrophal. Nämliche Stürmer, die ich einsetze, die ich kaufe. Oder auch dann verkauft, die ich da habe. Treffen nicht. Bester Torschütze aktuell, Marco Richter mit 5 Toren. Der spielt eigentlich hängende Spitze. Gut, ich sehe hier unten noch rote Karten. Kai Ubi, genau. Das war auch noch. Kam auch noch dazu, dass wir eine kassiert haben. War alles ein bisschen unglücklich in der Saison. Es wäre mehr drin gewesen. Aber gut, es ist, wie es ist. Jetzt, wir können mal kurz in die Bundesliga schauen. Zwar. Äh, äh, äh. Da haben wir das erste Bundesliga. Da sieht es so aus. Bayern München vorne. 34 Punkte. Wollen ja ihren Titel sich zurückholen. Titelverteidiger ist der hier RB Leipzig. Die haben letztes Jahr ja nach sieben Jahren, ne, äh, drei, vier, fünf, sechs, genau. Wo sind wir hier eins hinten. Nach sechs Jahren in Folge, wo Bayern den Titel geholt hat, haben sich letztes Jahr Leipzig geholt. Die sind im Moment Dritter. Dazwischen dort wurden mit 29 Punkten. Vierter Leverkusen wieder erneut stark. Fünfter Hertha. Sechster Hamburg. Der Aufsteiger, die uns ja in die zweite Liga geschossen haben. Da haben wir die Relegation ja zu Hause noch gewonnen. Auswärts, aber gnadenlos, rein und runter gegangen. Siebter Borussia Mönchenglad. Achter Darmstadt, 98. Mit 19 Punkten. Die hätte da auch keiner gedacht. Neunter Hoffenheim mit 18 Punkten. Zehntter Wolfsburg, 17. Elfter Nürnberg, 17. Bremen, 16. Schalke, 15. Freiburg, 15. Bochum, 14. Frankfurt, 13. Hannover und Mainz mit jeweils 10 Punkten. Ganz unten Hannover ja noch mit letzter Kraft quasi den Abstieg letzte Saison in Tronenden. Tore. Thomas Müller, 7. Eduard von Leverkusen. Son Eduard, bester Torschütze. Und auch die besten Notenschnitt. Wer ist das denn? Ah, von Celtic Glasgow wurde der geholt. Für 21 Millionen. Während der Saison. 13 Spiele. 10 Tore pro. Hat funktioniert. So sieht es also in der ersten Liga aus. In der... Ich glaube mal schauen. In der dritten Liga. Wie sieht es denn da aus? Braunschweig 37 Punkte. Uedingen 36. Und der Hachning 34. Heidenheim 33. Ehen, Wiesbaden. Paderborn. Preußen-Münster. 60er. 8er. Zwickau. Jena. Würzburg. Ahlen. Sportfreundin Lotte. Osnabrück. Und ganz unten Hannover 2 mit 9 Punkten. Auch kurz der Blick nach England. Die Premier League. Hier haben wir Liverpool an der Spitze. Den Titelverteidiger. Manchester City war ja davor. Davor Chelsea. Davor Leicester. Also Liverpool, Chelsea. Und Manchester vorne. Arsenal. Tottenham. Manchester. Also die großen 6 wieder ganz vorne mit dabei. Manchester hätte sich da vielleicht ein bisschen was anderes erwartet. Everton. Wester. Und ganz unten Hartersfield Town. Crystal Palace. Newcastle 19th. Trainerwechsel können wir auch mal schauen. Aktuellen Saison noch keiner. Letztes Jahr... Oh ja, da gab es einige. Welchen haben wir denn da drinnen? Fangen wir mal unten an. Pullhelm. Hat den neuen Vorstand. Scott Parker. Nicht. Nein, halt ihn da. Also nochmal. Das ist das Thema so. Äh... Die Wolverhampton Wanderers. Wanderers haben... Brandon Rogers, Eddie Howe. Sieht man sich zu jedem, wenn ich es beschweigt. Scheidender Trainer. Grund des Abgangs. Neuer Trainer. So ist es. Brandon Rogers, also bei den Wolverhampton Wanderers. Pep Guardiola wurde entlassen. Ist ja mittlerweile beim SS-10-Japel. Ein Meilenstein, was sehen wir hier. Für die Champions League qualifiziert. Neuer Trainer ist der Singedin Ceylan. Manchester United hat Mourinho entlassen. Hier ist der Moment ohne Verein. Pellegrini hier eine neue Trainer. Chelsea hat Sarri entlassen. Aber jetzt hier Sarri. Hier ist Güssidink, neue Trainer. Leicester und Claude Puel entlassen. West Ham hat Pellegrini verloren. Ohren, ja genau, der ist zu Manchester gegangen. Watford. Burnley. Ja, einige Wechsel da. Hm. Interessant, was sich da tut. Lass das mal, wenn wir vielleicht mal Italien und Frankreich zusammensehen. Ja, meine Karriereziele hier bei diesem Safe. Ja, ich weiß es nicht mal nicht. Schwarz Holz hat sich verletzt. Ich würde eigentlich schon gerne noch eine Zeit bei Opspa bleiben. Und später irgendwann sicherlich mal zu einem anderen Verein wechseln. Jetzt muss aber erstmal irgendwie der Erfolg her. Den kann ich jetzt mit einem Abstieg. Und einem. Nicht-Aufstieg, eher. Tomere. Calou unterscheidet vor. Vertrag. Ah, ok. Cordova. Hat einen 5-Jahres-Vertrag unterschrieben. El Gio Cordova. Ja, Stefan Reuter, mein Freund. Was so der Riesen, die Riesenverpflichtung war. Im ersten Jahr 26 Spiele, zwei Tore. Bei mir hat er letztes Jahr nur 10 Mal gespielt. Und jetzt hat er 9 Mal gespielt. Allerdings auch durchwachsende Leistungen. Schau, gehen wir weiter. Wie immer auch kurz der Hinweis auf meine anderen Let's Plays. Es gibt da noch mehrere auf dem Kanal. Football, Baseball, Basketball, alles drauf. Schaut einfach mal. Wenn ihr das Video gefunden habt, findet ihr auch den Kanal. So, Erzgebirge Aue, Dresden 3 zu 2. Und Duisburg hat es verpasst, sich vorne festzusetzen im Topspiel. Oder auch, beziehungsweise gegen den dritten. Mamiya Bielefeld ein 1 zu 1. Erzgebirge Aue, damit jetzt auf Rang 13 geklettert. Dynamo Dresden auf dem Relegationsplatz. Duisburg 5, Bielefeld 3. Und es gibt eine Entlassung. Walpurgis wurde entlassen von Dynamo Dresden. Dynamo Dresden, schauen wir kurz nach. Let's Bewerbe, die sind letztes Jahr ja immerhin noch 14. gewesen. Davor sogar 5. im ersten Aufstiegsjahr. Haben wir auch 94, 95, also in den 90 Jahren in der Bundesliga gespielt. Walpurgis war relativ lang dabei. Ein Jahr 130. Seine Bilanz, 17 Siege, 9 Unentschieden, 26 Niederlagen. Aber kein Meilenstein. Wer wird für ihn gehandelt? Peter Zeidler, im Moment bei St. Gallen tätig. Bernd Schuster, der wurde ja auch bei Ingolstadt ins Gespräch gebracht. Und Thorsten Fink von Grashoff aus Zürich. Ich bin im Moment jetzt der nächste Kandidat, der wohl bald gehen muss. Oder Erzgebirge Aue. Oder Kiels Trainer Tim Walter. Spannend. Kurchter, sehr starke Leistung. Marcel Leipzig. Sehr schwache Leistung. Also die zweite Trainerentlassung haben wir dann jetzt gesehen. Die zweite Trainerentlassung. Genau. Ingolstadt hat Carsten Janka entlassen. Und Dynamo Dresden hat sechs Tage danach Waldpurgis entlassen. Alles auch nicht so die riesen bekannten Trainer. Bekannt schon, aber naja. Und auch Jonathan Schmidt war in meinem Vertrag unterschrieben. Das ist wichtig. Er ist für mich ein sehr wichtiger Spieler. Er ist ein viertes Jahr hier. Letztes Jahr 28 Spiele, drei Tore, zwei Assists, 6,79. Ein Scout. Ich möchte ja einen C-Trainerschein machen. Praktikratschläge. Wie die anderen Spiele dann am 16. Spieltag. Er ist es glaube ich. Union Berlin gegen St. Pauli. Sandhausen gegen Kaiserslautern. Magdeburg gegen Kräuter führt Köln gegen Ingolstadt. Also jetzt gleich hart weitergehen für die Ingolstädter. Jan Regensburg gegen Stuttgart und wir spielen gegen Kiel. Ja, der Druck auf mich wächst. Selbstgänger. Glaube ich nicht. Bisher keine Partie gegeneinander. Kiel hat fünf sieglose Spiele in Folge. Hm, okay. Die Pressekonferenz. Wieder im Schnelldorlauf. Bla bla blub. Ich spreche nicht über Verträge. Ich werde nicht über Verträge sprechen. Genau, das tun wir nicht. Vor dem Spiel trinken wir noch einen Gluck. Sehr gut. Also, die Taktik. Wie immer die Frage. An den Co-Trainer. Was sagt der? Ah, ja. Okay. Der Vorschlag unseres Trainerstabes ist es, Framberger auf die Bank zu setzen. Pass lag dafür, wieder in Rechtsverteidigerposition zu setzen. Und Cordoba diesmal spielen zu lassen. Framberger hat in seinem letzten Spiel gegen St. Pauli 7,1. Das ist eigentlich ganz gut, gell? Er war da einige Male gar nicht gespielt. Er hat doch gegen Erz über die Aue, ist er eingewechselt worden. Er war ja schwer verletzt letzte Saison. Er konnte nur 10 Mal spielen. Er hat dann vieles im Milus-Fahrs, glaube ich. Gut. Also, Cordoba, der Vertragsverlängerung, brauchbarer Spieler. Seine Form. Gegen St. Pauli war gar nicht im Kader. Vorgegen Erzbegriffe bei Aue 7,1. Da hat er so ein Tor gemacht. Und hier unterliegen wir 7,5. Wechselt auch immer so zwischen Reservebank und dem Platz. Da war ein starkes Spiel gegen Karlsruhe. Im Pokal war das. Ein Tor, zwei Assists. Ja, ich denke, so können wir anfangen. Passklager, also zurück. Vira, K. Auf der Bank, Luthe, Framberger, Jensen, Schieber, Leip, Kuru und Ida. Totta, unser Stürmerer. Da muss endlich was von dem gehen. Stammspieler. Auch bei ihm hier sehen wir es. Dem er damals gekommen ist. 6,3. Nicht eingesetzte Reservespieler. 6,6. 6,4. Nicht nominiert. 6,6. Nicht nominiert. Nicht nominiert. Nicht eingesetzte Reservespiel. 7,6. Die Minute gegen Karlsruhe 6,5. Ingo nur überlegen, nicht nominiert. 6,7. 6,5. Von ihm kommt einfach nichts. Da ist er ja eigentlich ein total erfahrener Spieler. 200 Spiele. 203. 56 Tore. Auch hier in der Serie A 34 Spiele. Überstehen nicht. Wir spielen jetzt morgen. Wir spielen jetzt morgen. So. Nkolo. 0,1. 4,1. Und Barlinger FC besiegt. Super. Da sie mit dem Schalke und mit FC Schalke 04 in Verbindung gebracht werden. Wie reizend die Gelegenheit wäre, es von einem gut getuchten Verein zu trinken. Das kann ich jetzt nicht beantworten. Ich will ja gar nicht zu Schalke. Ich bin sehr treu, was das angeht hier. Felix Krokus. Ja. Sättel Töchert möchte ich von der Transphäre-Listrie genommen werden. Ich will jetzt nochmal die Taktik. Ich hoffe, dass man was ändert. Sandhausen dann unser nächster Gegner. Wir sind 8 da. Oh. Der Präsident von Giroling Bordeaux. Puuuuh. 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 Angerisch. 12. in der Liga 1. Puuuuh. 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 Was ist denn bei denen so die Boten? 6 mal die Liga gewonnen. Puuuuh. Letztes Mal 2008, 2009. Puuuuh. 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 Bordeaux wechseln. Ich bleibe beim FC Ausbrück. Gehe war nicht gestern ins Stadion und dann wechsle ich nach Frankreich. Nein, nicht mehr im Commander. Ich wollte ja noch schauen in meiner Verteidigung. Jürgensen, Bauer, weil wenn nämlich Kugel-Lev wieder fit ist, dass es bald so weit sein will, bin ich gespannt, wer raus muss. Bauer hat sich ja seit dem Verein verlassen hat, mein Name ist gedreht, das ist egal, hat sich eigentlich gemausert, hat 16 Spiele gemacht, nur das erste nicht, Notenschnitt 7,0. Lasse Jürgensen, der jetzt in Vertretung für Kugel-Lev schon zweimal von Beginn an gespielt hat, hat allerdings einen Notenschnitt von 7,15, also der spielt sehr stark. Schwere Entschuldigung, aber noch muss ich sie nicht treffen. So, also, Kiel, Kronholm, Hermann, Wanderberg, Leverenz, Lelesan, Jung, Staudi, Cirk, Cirk, Cirk. Wenn Felix Passler gespielt hat, haben wir nur 8 Tore in 12 Spielen kassiert, ok. So, wir wurden dann Schmidt aus dem Rohr gelassen, der ist noch nicht für 100% Chlor. Los geht's, wir spielen in unseren schönen grünen Trikots. Natürlich spielen wir nicht so extrem defensiv. Schon ein komplett verändertes Team im Gegensatz zum letzten Jahr. Bayern. Oh, schöner Schuss. Weil der gute Daniel Bayern nicht unbedingt der riesen Torschützer ist. Ist aber unser Käpt'n. 35 Jahre. Ich bin gespannt. Ah, wieder schießt er den Scheinstoff. Oh, gute Chance. Oh, das ist fast der da drin gewesen. Paul. Und Staudi sieht gelb. Richtig. Richtig. Unser Top 2 Schützen. Paya. Cordoba. Oh. 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 Es ist grundsätzlich schon so, dass wir uns die Chancen in jedem Spiel erarbeiten. Halt immer auch für ein Gegentor gut sind. Und wenn du vorne keine Tore schießt und hinten eins kassierst, dann kannst du halt auch nicht gewinnen. Oko Richter. Oh. Oh. Pilkasava. Den holen wir uns wieder. Räikkowitsch. Oh. 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 Das wird die Jürgen sehen. Kajubi. Letztes ist ja der beste Tor. Oh, schöne Situation. Ulmer schaltet sich wieder ein. Tor! Cordova ist es. Noch vor bei Bayern. 1 zu 0. Super war das. Wenn wir jetzt achten, nochmal die Wiederholung. Ulmer flankt eigentlich dahin, wo keiner steht. Dann köpfen sie den Ball Bayer vor die Füße. Der wiederum legt den Cordova vor die Füße. Und wir führen 1 zu 0. Jetzt Kiel. Kaiubi wieder. Oh, weiter Ball. Oh, da ist keiner. Kylian. 41. Spielminute. Kinsenbi von den Berg. Der linke Beleidiger. Oh, Raikovic. Schöne Chance. Wo war Ulmer in dieser Situation? Unser Linksverteidiger. Für mich ist nicht besser ein Gegenspieler. Bauer, der ist stark im Kopf vor hinten. Oh, Freistoß. Cirk C. Und da ist er drin. Cirk C. Raikovic hat den Ball spät gesehen. Da hat es nicht so gut ausgesehen, würde ich sagen. Und das steht 1 zu 1. Zehnte Saisontor auf dem Cirk C. Jan Regensburg schießt das 1 zu 0 in Stuttgart. Wir verabschieden uns jetzt erstmal in die Pause. Erstmal kein Wechsel. Trotter 6,5. Kaiubi 6,5. Richter 6,5. Mal sehen, ob ich vorne wieder wenig oder gut. Cirk C. Setzen wir jetzt mal ein Pressing drauf. Hol mal. Ach Trotter, er trifft einfach nicht. Leverenz sieht gelb, seine erste. Stuttgart schießt das 1 zu 1. Wir werden jetzt mal schauen, dass wir ein gutes auf der Bank haben. Ich probiere nur mal Schieber, der hat eh kaum gespielt. Du extra reißt der immer was. Und auch Kiel wechselt. Oh, Cordoba Bayer. Oh, riecht auch schön gemacht. Aber dann grätschen sie mit dem Ball vom Fuß. Wieder die Chance. Kiel dir oder geht er gut dazwischen? Ulmer steht vollkommen frei. Ulmer steht vollkommen frei. Ulmer jetzt wieder. Riesenchance für Cordoba. Er ist schön rausgeholt von Kronholm. Friedrich Jensen kommt für Richter. Beides auch für den Wesen für den Leute. Drei Minuten nach Spätzeit. Abschluss für Kiel. Die spielen wir jetzt hinten raus. Kinzombie. Weiter Ball. 90. Minute. 91. Minute. Cordoba, der hat eigentlich solid gespielt. Tor vorbereitet. Ne, Tor geschossen. Und jetzt hat natürlich der Konter. Staude. So nicht. Und ohne entschieden. 1 zu 1. Naja. Naja. Die glücklicheren Fans. Das war natürlich trotzdem schade. Die anderen Partien. Köln, Ingolstadt 0-0. Und wir haben Regensburg, Stuttgart 1-1. Was gibt's zu berichten? Gerechtes Remis. Gerechtes Remis. So, jetzt werden wir uns noch das zweite Spiel gegen Sandhausen anschauen. Dann schätze ich, wir ja noch ein bisschen NFL zocken. Dann schätze ich, wir ja noch ein bisschen NFL zocken. Der Druck war zu groß, ich werde jetzt schweigen als gutes Zeichen, kommen wir jetzt auch mal an. Sechs Tage sind es ja, das sind tausend. bei den Achtern. Karlsruhe gegen Düsseldorf, noch das letzte Spiel am 16. Spieltag. Düsseldorf gewinnt 2 zu 1. Ist damit Dritter jetzt, der KST auf Rang 14, also Aufsteiger. Hier sind im Moment 23 Punkte gut. Die Aufstiegsplätze sind 29 Punkte. Das sind jetzt 6 Punkte, das ist machbar. Dann dürfte man halt solche Punkte nicht liegen lassen. In der 11. Woche Reikovic. Reikovic, ok. Im zweiten Mal. Freundschaftsspiele sind vereinbart. Es sind noch 2 Spiele, wo sind wir denn? Am 10. Dezember sind wir schon. 2 Spiele noch. Sandhausen und Kräuterwirt. Dann gibt es die 3 Freundschaftsspiele. 4 Freundschaftsspiele. Pescara 60. Domzale und Slovo Sofia. Dann steigt doch wieder ab 1. Dezember, äh, ab 1. Januar das Transferfenster, oder? Ich bin gespannt, was Stefan Reuter verpflichtet. Wir haben eigentlich genug Budget, weil wir ja sehr viele Spiele abgegeben haben. Oh, St. Pauli möchte Jensen hören. Der ist noch recht jung. Letzte Saison 15 Mal gespielt, würde ich eigentlich nicht abgeben wollen. Ist zwar kein Stammspielerin, unumstrittener, aber er hat eigentlich doch meistens seine Einsätze. Der ist faszinierende, 1. Januar der Feuillet, 5. Januar der Feuillet, 4. Mal gesehen. Du kannst die 2, Januar der Feuillet, 5. Januar der Feuillet, 5. were you to call? Dann kommst du auf, Gouvelet, was für ihn weichen. Er war gestern nur auf der Bank gesessen. dann geht es schon los dresden gegen duisburg und kräuter führt gegen karlsburg normalerweise kräuter führt und mein verein neben augsburg und bayern der msv duisburg und duisburg gewinnt 2 zu 1 die große karte gegen dresden und kräuter führt und karlsburg 0 0 damit duisburg jetzt wieder dritter allerdings kann es auch nur eine momentaufnahme sein weil düsseldorf stuttgart bielefeld könnten sie dann vorbeiziehen dann sind wir auch schon beim sandhausen spielen letzter spieltag dann vor der weihnachtspause kräuter führt der gegen martin 7 die anderen partien an diesem 17 spieltag ist es dann oder ja bielefeld köln und sechster gegen den zweiten stuttgart gegen kiel kaiserslautern gegen berlin und am sonntag ingolstadt aue düsseldorf gegen magdeburg und wir gegen sandhausen so bisherige spiele machen wir auch noch keins ja was erwarten unsere um 19 verliert 0 zu 2 gegen hoffenheim die schlarsson an die nächsten spiele kreiserslautern gegen berlin 0 zu 4 war eine klare ansage wie viel köln 2 zu 1 künferiert also in stuttgart schlägt kiel 2 zu 1 philip max rote karte der ehemalige spieler trotzdem gewinnt stuttgart das spieler mit union berlin 38 punkte köln 32 und dann hat sich mit rodo verletzt vier bis fünf wochen fälle aus der knöchelbanddehnung das heißt da müssen wir jetzt irgendwie improvisieren in kodl war ja die letzten spiele auf der ersatzbank ziemlich viel gespielt so auch ein spieler den man langfristig hochziehen möchte frankfurt und kodl 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 Ja, ist eigentlich wirklich eingewechselt worden, beziehungsweise Union Berlin hat er ganz durchgespielt. Was schlägt mir der Trainerstab vor? Ich bin gespannt. Also Bauer rückt auf die linke Verteidigerposition. Gugliel wieder rein rechts. Auch Schmidt wieder ins Team, dafür Cordova, unser Torschütze auf die Bank. Jürgensen auf die Bank. Und auch Fabian Schnellhardt ist der Nachrücker, der ehemalige MSV Duisburg-Spieler, der bisher noch überhaupt nicht zu uns gefunden hat. Hat ja in Karlsruhe damals im DFB-Pokal sein erstes Spiel gemacht. Da wurde er eingewechselt. Dann wurde er einmal gegen Union Berlin eingewechselt. Und ansonsten stand er nie im Kader. 2 von 16 Spiele hat er gemacht. Mal sehen. Bei Duisburg alle 34 Spiele letztes Jahr gemacht. Und wir müssen jetzt natürlich zeigen. Alle entlassen ihre Berater. Okay. Zum Spiel. Ja, Schmidt fehlt es an Spielpraxis. Eigentlich Gugliel auch. Trotzdem. So, hier die Aufstellung von unserem Gegner. S-Fasern-Tausen. Schuhen. Karl Knipping, Heinloth, Pascarada. Pascarada. Ne, Heinloth ist es. Sperde-Rot haben wir hier. 13, 4, 18, 17, 17, 17. Pizzos. Puh, Alter. Rechse, Pekai. Orlazon. Top-Torschütze. Meiste Vorlagen. Sieben Tore, drei Vorlagen. Auch Vollmann drei Vorlagen. Jeboa. Auch er drei Vorlagen. Und Girt vorne. Bei uns ja Richter. Top-Torschütze. Trotter. Gar nichts getroffen. Kajubi auch nur ein Assist. Schmidt in 13 Spielen ein Tor. Ein Assist. Bayer. Ein Tor. Zwei Assist. Kedira. Zwei Tore. Passlack. Zwei Vorbereitet. Kubelejev. Eins Geschosseneins. Vorbereitet. Bauer. Nix. Ull mal eine Vorarbeit. Naja. Marcelo Trotter. Drückt nicht, ja. Dürft auch nicht. So, los geht's. Der FC Augsburg. Komplett den Weiß. Wir spielen jetzt nicht defensiv. Wir spielen jetzt, glaube ich mal. Wir spielen den... Oh, Schmidt mit dem Freistoß. Uuuuuh. Maximilian Bauer. Da hätte er sein Tor machen können. Sein erstes Bundesliga- oder zweitliga-Tor überhaupt. Unser Youngster. Ja. Aber... Das soll sein. Pas... Paz... 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 Schönes Pressing jetzt da. Trotzdem können sie sich befreien. Jubiläer, der ist aufbockbar stark. Schmidt setzt sich durch. Gibt den Ball auf Trotter, der lässt seinen Gegenspieler stehen. Uff, trifft wieder nicht. Er trifft wieder nicht. Zweite Minute, schon so ein bisschen, sondern noch klein. Düsseldorf 1-0 gegen Magdeburg. Knipping, erste Gabby-Karte für ihn. Rechte, zentrale Verteidigung. Also die rechte Seite vorbelastet. Sollten wir natürlich versuchen auszunutzen. Kaiubi! Tor! Kaiubi macht Vorlage Maximilian Bauer, da ist es. Der Innenverteidiger, endlich! Macht er die Vorarbeit, sein erster Scorer-Punkt. Und Kaiubi macht sein erster Saison-Punkt. Hier nochmal die Wiederholung Freistoß. Kugel-Eb geht hoch. Bauer nimmt den Ball an. Kugel auf Kaiubi. Der dritte mal drauf. Schon mal ausgeschaut, wie ein Bauern spielt. Die Jungs, im Moment meine Fußball-Jungs, mit der Picke. Und wir führen 1-0. Aber das sind wir im letzten Spiel auch schon vorne gelegen. Düsseldorf 2-0 gegen Marteburg. Und Ingolstadt 3-0 gegen Aue. Uh, bin ich gespannt. Dresden und Ingolstadt ja ohne neuen Trainer noch. Da wurde noch nichts bekannt gegeben. Düsseldorf jetzt das 3-0. Haltzeit! Und strömend Regen jetzt mittlerweile in Aufbruch. Lappenschuss. Dann klärt Ulmer. Wieder diese Unsicherheit. oder diese Gefahr bei Stamm hat. Kedira sieht die viertige Karte. Hmmmm. Daniel Bayer schießt ihn drüber. Guter Versuch, aber knapp drüber. Trotta angeschlagen. Trotta angeschlagen. Hier kommt Cordova. Trotta sieht so aus, wie wenn er eine Knieverletzung hat. Ich dachte, du weißt ja. Cordova, der Torschütze. Letztes. Oh, und wieder der weite Ball von Ulmer. Cordova nimmt den Ball an. Nein! Er trifft es nicht. Wieder die Riesenchance. Wie gestern Ausburg. Ne, wie gestern Bayern gegen Ausburg. Wir bringen ihn die Ball nicht rein. Cajubi. Cuvillet. Chance ist noch da. Nein, jetzt nicht mehr. Pascarada. Pascarada. Vollmann. Es gibt's doch nicht. Wieder der Gegentreffer. 64. Minute. Die Wutin. Die Wutin. Die Wutin. Die Wutin. Die macht das Tor. Hm. Wir bringen ihm eine Schnellhaut rein. Wir finden mal die Möglichkeit sich zu zeigen. Ach, scheiße. Jetzt habe ich einen falschen Auswechsel. Schmitt. Nein, ist egal. Wollte eigentlich einen Richter auswechseln. Fabian Schmitt hat er ganz gut gespielt. Äh, Fabian Schmitt. Jonathan Schmitt. Follmann sieht Gelb jetzt ab. Pass, Laub. Baja. Schnellhaut. Ayubi, Ulmer, 86, ich bin mit der Kirillera. latten schuss es gibt es ist es ist es 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 Nein, 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 nein. Gouaida macht das 2 zu 1 für Sandhausen in der 91. Spielenminute, drei Verteidiger von uns stehen da, keiner nimmt den Ball oder kommt zum Ball. Wir machen 2, 3 Riesenchancen, machen kein Tor. Tja, das ist Fußball. Khedira sein 75. Ligaspiel für Augsburg, Karl sein 100 für Sandhausen und Gouaida hat sein 25. Ligator erzieht. Goubelet, ach, ist jetzt viel nur wegen. Schlecht hat die Mannschaft nicht gespiegelt in meinen Augen. So kannst du halt natürlich auch nicht holen. So. 30 Sekunden vor allem. Trotter. Schlecht hat er nicht gespielt. Druck nimmt zu. Okay. So. Also. Damit jetzt der zwölfte Teil der Staffel 2 geht zu Ende. Ich bedanke mich für euer Interesse. Vielleicht schaut ihr mal wieder rein. Es gibt eigentlich immer wieder mal neue Videos auf dem Kanal. Manchmal regelmäßiger, manchmal nicht so regelmäßig. Ja. Bleibt eure Linie treu. Bis bald. Ciao. 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 Ciao.